Hallo und herzlich willkommen zur nächsten weiteren Folge, äh, Tales of Arise, äh, wo DLC war, nein, DLC war das nicht, was ich... ...Helternbruch, Artefakte... ...ist gerade Chaos hinzugefügt, mhm. Hm... ...Mhm... ...Mhm... ...Gernis war jetzt nicht der ganze Schrift, wir wären berührt. ...Mhm... 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 ...Ah... ...So, ich möchte einmal schauen noch... ...Ah ja... ...99... ...Dat wird nicht... ...Nachthimmelsklinge... ...Ah ja... ...Night Sky Blade... ...und Blue Rose Sword... ...Der Night Sky Blade ist ja aus dem... ...äh... ...aus dem einen Baum haben... ...Hat er den ja anfertigen lassen... ...oder ist draus entstanden... ...Mhm... 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 ...Hahaha... ... War schon als ich ihn kennen hätte... ...Hm... 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 ...Und andererseits... ...Mach das mir mal wieder Lust... ...ähm, mir die Serie anzuschauen... ...Mit die Serie habe ich irgendwie... ...Faszinierenderweise nicht so weit geschaut bisher... Bei der Serie habe ich noch nicht mal, ähm, den... Ah, fuck, ich komme nicht mehr auf den Namen. Äh, die zweite Season habe ich durch, die dritte noch nicht. Die dritte habe ich gerade mal angefangen. Äh, Alicization Arc. Irgendwie nicht mehr den... Wo ist die Zukunft? Oh. Spühnchen, drei, mhm. Can you believe that? Ha, 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 ha! It's true. This really is a masterpiece. How come you're able to live together? Huh? Why wouldn't we? Because Brennans and Danans are so different. Well, we do have our differences. I can use astral arts, for example, while he, as a Danan, cannot. But, my friend here can move much faster than me. And he has a splendid singing void. Well, your sculptures are beautiful enough to adorn the palace. There's more to appreciate in our differences than find fault in. Plus, differences in our individual abilities mean little in the course of day-to-day life. I... I don't understand. Well, we certainly take a different approach around here. I can see it being confusing, if you're not used to it. It looks to me like your friends with Lord Dohalim. Maybe you could talk to him as well. Lord Dohalim is the only reason we're able to live like this in the first place. It's all thanks to him. Really? That is what they say. I can see, that Reddins and Danans get along with each other. Even if I still don't understand why. Sir Baton, what are we waiting for? 1. Our ideal of coexistence. 2. Being the citizens shield. 3. Pretend for the dreams we all share. Could you see yourself living here? Yeah. I think I'd feel safe here. Good. Then all that's left is to meet with Drashen. Both the Danans and Renans do look really happy. Of course, there's still the odd dispute, but that happens in any large city. Hi-ho. Lord Dohalim. And the rest of our heroes. If you'd given me more warning, I'd have prepared a better welcome. That is not necessary. I no longer rule Menensea, after all. More importantly, we have a request. I'd be happy to do anything in my power, of course. This is Nazemiel. We'd like you to arrange for her to be able to live here. Understood. Aren't you going to ask if I'm Renan or Danan? They'll ask during the formal procedures. Not that it matters much. There is one thing that matters, however. Whether or not you agree with this realm's ideals. Well, what do you say? Can you interact with those different from yourself without prejudice? I'm not sure yet, but I think it's nice that the Renans and Danans here don't fight. That's good enough for me. There is a screening process, but I'm sure you'll be fine. Recently, many Danans and Renans have tried to move here for our realm's abundance. Yet, they take issue with our principle of coexistence. That's why I'm more than prepared to defend our ideals. Oh, but I'm scared of myself. A room at Autelina Palace will be provided until she has her official residence. At the palace? Not at the inn? It's a good way to make use of our many spacious rooms. The palace is now public property, after all. We'll show her the way there. I appreciate that. Oh, by the way, Lagiel was wondering when you'd be coming back. Lagiel? Understood. I'll go check on her later. Don't Alphen and the others also live here? Only Kisara and Rinwell at the moment. Alphen and Shion are always traveling. Oh, I see. Oh, she is sad. She would like to go to Alphen and Shion. What is it, Nazemiel? Nothing. It's cute. Kisara and Dohoi living together in the palace, huh? I myself am simply being provided a room. By who? Kisara? Um, what did you just say? Oh, my God. Oh, my God. Crest, crest. That person is acting strange. Maybe something is wrong. Let's go ask. Das ist irgendwie aus Pigon. Oh ja? Great! Leute, das ist nötig. Ein Ort, wo Kinder so viel wie sie wollen können. Das ist gut. Habe ich genug? Auch war nicht. Schade. Ah, so eine Dreiecksimparata Knochen. Brauche ich, mhm. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Bibliothek. Schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Machen wir kurz Lagerräume Vielleicht sind hier ja noch nützliche Sachen für mich Das ist schonmal eher unterwältigend, aber naja Ja, ähm, hm. Okay, schau ich mal in dem Büro rein. Okay, schau ich mal in dem Büro rein. Oh, hier ist auch noch was. Dunkelmähne, drei Stück, mhm. Komm, ich möchte jetzt einfach nochmal in die Kammer des Lords jetzt reinschauen. Okay, schau ich mal. Okay, schau ich mal in die Kammer des Lords. Okay, schau ich mal in die Kammer des Lords. Okay, schau ich mal in die Kammer des Lords. Okay, schau ich mal in die Kammer des Lords. Oder schau ich mal in die Kammer des Lords. Wie geht es um die Kammer des Lords? Okay, schau ich mal in die Kammer des Lords. Okay, schau ich mal in die Kammer des Lords. Okay. Okay. Okay, schau ich mal in die Kammer des Lords. Okay, schau ich mal in die Kammer des Lords. Jayung, ich hab mal in die Kammer des Lords in die Kammer des Lords. Ich bin mir mal in die Kammer des Lords. Ja so suspiciousig, qualit哈哈哈? aden, sie stehe, Oh. Oh. Wie kannst du so calm über alles sein, Elfen? Was? Du meinst, um zu sein, der Soverein? Als ich in Nies... Nein, nicht nur dann. In anderen Bereichen, auch. Ich hörte, dass die Blazing Sword ist Renna's enemy. Es ist ein Zerstörer. Danans denken so, auch. Sie sehen dich anders aus. Als ob du etwas aus ihnen bist. Wie kannst du mit all das okay sein? Es ist nicht so, dass ich keine Gefühle habe. Die Musik dazu ist auch so genial. Was? 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 Es ist wahr, dass wir zusammen mit dem Rennen zu verabschieden haben. Aber wir haben das nicht aus dem Malen. Oder weil wir versuchen, die Menschen zu schützen. Sie sind nicht so, was wir nicht verabschieden. Was? 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 Sie hat mich immer noch nicht beschädigt. Es war das erste Mal, dass ich das erlebte. Und es war... schön. Und deswegen... ... ich... ... ich wollte sagen... ... um... Oh... Sie möchte Danke sagen. Doch irgendwas wird da jetzt passieren, oder? Danke. Okay. Danke. 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 Das ist resscinkle. Um... Okay. Well, let's head to your room. You can stay as long as you want, Nazemiel. No one will bother you here. Right. It's a pretty over-the-top name for a flower when you stop and think about it. I believe Dohalim is the one who came up with the name. The flower appeared after the merging of the worlds, so I'd hoped it could serve as a symbol of reconciliation. What has just been taken? Neither gold nor information points. Mist. Until we find an official residence for you, this will be your home, Nazemiel. Guess this is where we say goodbye then. Es wird nicht das gleiche ohne dich. Wir werden sicher, wenn wir in Vicente sind. Okay. Nazimil, wir haben etwas für dich. Das ist der Charm von den Ruins? Das stimmt. Der Good Luck Charm, du gibst jemanden special. Wir haben alle versucht, es ein bisschen zu fixieren. Ich weiß, du sagst, du hast jemanden special, aber du bist für alle. Ich dachte, das könnte ein Erinnerung sein, wenn du es brauchst. Aber ich... Really? Natürlich. Denk an das als ein Sign of our friendship. Ich promise, wir werden wieder wieder. Basically, meine Freunde sind meine sehr eigenen Freunde. Just like me. Da wird irgendwas doch... Irgendwas Schlimmes wird da doch passieren. Das läuft viel zu gut gerade. Ja, ich bin froh, dass es ein Ort wie Vicente ist, wo sie sich sicher fühlt. Alles hat alles gut gemacht. Ja, ich glaube, unsere Gespräche war sehr erinnert. Mhm. Ja, ich bin froh, dass die Frau von Golddust-Katzen ist. Ja, ich bin froh, dass die Frau von Golddust-Katzen ist. Das heißt, sie hat eine Probleme, huh? Right. Sie ist oft bei der Inn. Ja, wir schauen da erst. Hi. Essen? As you are already aware, the balance of the astral energy in each region has been equalizing ever since the merging of the Twin Worlds. As a side effect, harvests in Menensea have been on the decline. That means any problems with food production can easily lead to crisis. In other words, you're saying it's vital to protect the fields and the ranch, right? Wait, what about the Service Corps? Isn't it their duty to take care of Zoogles? Oh, we've tried. Many times. But somehow, each time we get overpowered. That's why I'm coming to you for help, Kisara. Understood. Tell the Corps I'll take care of it. While I'm away, you all stay in the city and... You really can't break old habits, can you? Rely more on those around you. Mm-hmm. But this is... We need to make extra sure that the food resources are safe. That's all the motive we need. Come on, Kisara. Thanks. Be careful. That Zoogle really does pop up out of nowhere. The merging of the Twin Worlds left Zoogle scattered all over. This has caused no end of trouble. I wonder why Ren and Sloss lost the ability to control them. In hindsight... Our con... So, ich... Control was likely only made possible by Lenigus. Huh? What is it, Law? Uh, I just got a... kinda strange feeling. Everything looks okay to me. Was it just my imagination? Aya... Oh shit... Ah, ah... Ah, yeah... Ah, yeah. You look like it with the hair. Wow? Shh... I hear something moving. What is it, Zoogle's? Couldn't it be just a mouse or something? I don't think so, but I'm not sure what it is. Let's flush it out by force. Wait. You followed us? Did something happen in the city? No. I just didn't want to be left there. Are you saying you'd rather live on your own outdoors than in a city? It's not that. I just... You wanna come with us, don't you? Ja. Oh. All right. Are you sure about this? After all, it's not like we'll never see each other again. And it's so much safer in Vescent. That's true, but... We all know the pain of being alone. Don't we? Well, yeah, but... She does have the ability to disappear at will. If something happens, she can use that to hide herself. Can you promise, you'll do that, Nazemir? Yes, I promise. Then it's decided. Nazemir is the Truppe wieder beigefrieten. I haven't been to the ranch in a while. I wonder if they're all doing okay. So, you like animals? Like isn't the right word. They're his best friends. They are not. Die gießen ja mal geil. Die gießen ja mal geil. Hmm, what? But we're zinnig. Irgendwo. Hi. Hey. Sure. Good. Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. wiederaufbau neben christen wir an allen orten der regionen wenn du wenn du die wiederaufbau neben christen des landes abschließt verändert sich das schließe sie ab ok klingt doch eigentlich ganz gut sollte ich mal machen so ein bisschen so ein bisschen so mit trust in ich habe nie gesehen wie viele personen Da hinten muss ich hin. Okay. Okay. Ich kann's nicht vorstellen, was ich nicht ohne euch. So, ich? Das ist ein bisschen Monster. Light versus Force! Radiant! Generation! Steering Force! Monster! Stop it! Looks like we came out on top. We just need to make sure we stay there. Right. And without totally overdoing it. Aha, da unten drunter ist noch offenbar was. Aber da geh ich nicht, jetzt noch nicht hin. Yo. Yo. Oh, fuck is it? Alright. Boom. Hii. Ich krieg mal. Wo kommen denn die her? Not today! In front of Kropp! Go top five! That does it! Can't do it! Lost! Demons to Zed! Flashing Fett! No! You're mine! Pertifurable Ritual! This one's on you, Kisara! But of course... I always feel safe when we've got you in front of us. Astral Energies! Say no more! yeah we wrap that one up nicely astral arts could be used like that well no one can beat ring well in astral arts right Ich bin schon echt darauf neidisch, dass vielleicht eine der anderen Charaktere schon so höchstärke Waffen haben als all von jetzt. Okay. Let's refrain from losing. Okay. Okay. Das ging mal sehr, sehr schnell. All right. Okay. Okay. Was noch rechtzeitig gewesen? Ich glaube, wir sind nicht hier. Okay. I will get the here. Und auf alle hier. Also, die hier. Oh mein Gott, du bist hier. Hm, du bist hier. Krust du? Oh, deiners. Oh, dein kind. Oh, dein Sperger. Oh, dein Sperger ist wirklich gut. Oh, dein Sperger ist echt gut. Wow, dein Sperger ist etwas sehr gut. Okay, nochmal Reinfortments, das ist natürlich ganz gut, weil das sogar dafür sagt, dass ich noch mehr Okay, da steht einfach mal so ein Raumschiff in der Gegend rum Hm, egal, ich bring jetzt erstmal die Quest gleich zurück, nachdem ich mich um die hier gekümmert habe Und tschüss, wir sehen Haha, bin ich auf der Rollen oder was? Well, schau, wer in einem blöden und blöden Mood Hey! Hm 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 Well Okay, das hat aber gut was um Moneys gegeben So, einmal hier Undis Wie süß Wie süß Wohl Der 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 Du Ja, Kizarra braucht da noch ein bisschen Ja, Kizarra braucht da noch ein bisschen Oh stimmt ja, ich kann hier ja Bewegungs- und Fluchtgeschwindigkeit viel zu schaden, minus 20% Nee, aber das schon sehr Also wenn, dann wir schieren wahrscheinlich tatsächlich die, wo das Sinn ergibt Also Fluch-Amulett bei dir eigentlich nicht Spatze Onyx wäre bei dir potenziell interessant, wegen KP Das sehe ich bei ihr überhaupt nicht Ausdauerringen Aber naja Egal, ich würde sagen, ich beende hier jetzt erstmal diese Folge Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao